hallo freunde herzlich willkommen ich freue mich euch heute mitteilen zu können es klappt es gibt eine antikuhrenbörse in eisenbach und zwar 30 oktober 31 oktober und 1 november das landratsamt hat mir eine genehmigung sondergenehmigung für die sondermesse antikuhrenbörse eisenbach im oktober also wir kriegen das 23 mal hin und ich hoffe wir können zahlreich kommen denkt dran das geld ist nicht mehr viel wert ihr könnt viele schöne stücke kaufen die händler aus ganz europa hand ist schon angemeldet sie können es kaum erwarten ich freue mich auf euren besuch danke dir ciao